Mr. Armand, we are experiencing some turbulences on our descent. So please stay seated and fasten the seatbelt. Jetzt sterben wir echt scheiße. Du hast die einzige Kopie der letzten großen Präsentation vor dem Bösenstab. Wenn die nicht unversehrt ankommt, war alles umsonst. Ah, Alex, ich hab den Sieg mit der Präsentation verlegt. Ist mir noch nie passiert, aber... Sir? Please stay seated, you know the rules. Sometimes there are more important things than the rules. It's not safe, I just gotta find this. Sir, please. There's a lot of turbulence, you're going to hurt yourself. Mr. Armand, you're violating flight regulations. Sir, you're putting yourself in danger, please stop. Mr. Armand. The stick is more important than life and death. If I don't find it, we can just as well crash. Sir, please, you're acting with me. Sit down now. Mr. Armand, please calm down. Das ist Felix Armand. Und heute ist der wichtigste Tag seines Lebens. Felix ist Vice President of Technology von Cablecash, was wesentlich besser klingt, als es ist. Vor zehn Jahren hat er als kleiner Informatiker ein bisschen Software geschrieben und nächste Woche geht der Laden damit an die Bürste. Und heute soll die ganze Welt Felix' neue Position erfahren. CEO, Chief Executive Officer oder auf Deutsch Chef von allen. Dann hat er alles erreicht, was er sich je erträumt hat. Aber natürlich nur, wenn er seinen USB-Stick findet. Das ist das.